Ein Blick auf die wesentlichen Neuigkeiten aus der französischen Hauptstadt. Zunächst berichteten Organisatoren von einem erfolgreichen Testlauf, der die Abläufe bei der Eröffnungsfeier überprüfen sollte. Die Verantwortlichen waren von der Durchführung des Events überzeugt. Es wurde hervorgehoben, dass die Atmosphäre sowohl unter den Teilnehmern als auch unter den Zuschauern äußerst positiv war. Man habe alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen ernst genommen und sei zuversichtlich, dass diese auch beim offiziellen Event gut umgesetzt werden könnten. In den letzten Tagen gab es auch zahlreiche Informationen über die Athleten, die an den Spielen teilnehmen werden. Die deutschen Schwimmer zeigten sich in hervorragender Form und gewannen mehrere Medaillen bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka. Dies ließ die Trainer und das Team optimistisch auf die Wettkämpfe in Paris blicken. Auch die Leichtathleten präsentierten sich stark, insbesondere die Sprinterin, von der viele erwarten, dass sie eine der schnellsten Zeiten in der Olympia-Geschichte laufen könnte. Der Trainer ihrer Mannschaft äußerte, dass sie sich bestens vorbereitet fühlen und das Selbstvertrauen hoch sei. Ein weiteres Thema, das die Sportwelt beschäftigt, ist die Debatte um die Teilnahme russischer Athleten an den Spielen. Nach einem langen und kontroversen Diskurs haben sich die Olympischen Spielekomitees der meisten Nationen für eine eingeschränkte Teilnahme ausgesprochen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Athleten aus Russland unter strengen Auflagen an den Spielen teilnehmen dürfen, um sicherzustellen, dass die Wettbewerbe fair bleiben. Vertreter der internationalen Sportorganisationen betonten, dass die Einhaltung dieser Richtlinien von großer Bedeutung ist, um das Ansehen der Spiele nicht zu gefährden. In einem anderen Bereich sorgte die Bekanntgabe des Schedules für die Wettkämpfe für viel Aufsehen. Fans und Sportler diskutierten über die Zeiten der sparsamen Ereignisse. Ein Teil der Athleten äußerte sich skeptisch über das Timing mancher Disziplinen, da dies die Leistungen beeinflussen könnte. Die Verantwortlichen versicherten jedoch, dass die Zeitplanung nach eingehender Beratung mit Sportlern und Trainern erfolgte, um die besten Voraussetzungen für alle Wettbewerbe zu schaffen. Sie erklärten, dass sie sich der Bedenken bewusst sind, aber an der geplanten Zeitplanung festhalten werden. Nicht nur in der Sportwelt, sondern auch bei den Zuschauern wächst die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier. Die Veranstaltung, die in den Straßen von Paris stattfinden wird, wird als ein einmaliges Erlebnis beschrieben. Die Organisatoren betonten, dass sie mit 160 Nationsfachschaften rechnen und durch den Einsatz neuer Technologien die Veranstaltung interaktiver gestalten wollen. Sie haben klare Vorstellungen, um die beeindruckende Kulisse von Paris bestmöglich zur Geltung zu bringen. Auch die Infrastruktur in und um Paris wurde in den letzten Wochen optimiert, um den Ansturm an Besuchern zu bewältigen. Der Verkehrsfluss soll durch zusätzliche Transportmittel und geschulte Mitarbeiter verbessert werden. Bürger und Touristen können sich darauf einstellen, dass die Stadt bestens vorbereitet sein wird. Die Stadtverwaltung erklärte, dass sie alles daran setzen würde, einen reibungslosen Ablauf für die Fans und Sportler zu gewährleisten. Man war sich einig, dass die Spiele nicht nur ein sportliches Ereignis sind, sondern auch einen kulturellen Austausch mit sich bringen werden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Paris in vollem Gange sind und sowohl positive als auch herausfordernde Themen den Diskurs prägen. Die Vorfreude wächst und die Athleten sind bereit, ihr Bestes zu geben. Fans und Veranstalter blicken hoffnungsvoll auf die kommenden Tage und Wochen, in denen die Welt auf Paris fokussiert sein wird. Auto Anita Farke, Samstag, 27. Juli zur TV4.